Führung der Wolfsburger und wieder durch Perisic. Kein Abseits vor dem 8. Saisontreffer für den Kroaten. Gleichzeitig auch die 8. Torvorbereitung von Rodriguez. Perfekter Assist, der Ball fällt Perisic genau auf den Kopf, der muss nicht mal hochschauen. 12. Saisontreffer für Admir Mermedi. Admir Mermedi hatte bisher die wenigsten Ballkontakte bei Freiburg. Aber er hat große individuelle Klasse und braucht eben im Ernstfall nur diesen einen Moment. Gute Körpertauschung vorbei an Trash. Und dann hilft Max Grün sehr freundlich mit. Der Ball. Letzten 3 Liga-Spiel. Gelb gibt es oben rein fürs Trekkor ausziehen, ist ihm egal. Und Dieter Hecking, er fällt einiges von der Brust, denn er war richtig sauer nach dem Ausgleich. Kein Abseits, Perisic ist hinter dem Ball. Und in der Folge, beide Teams weg, ist keine 10 Minuten alt. Hallo, kann sich noch jemand an mich erinnern? Ich bin wieder da, Marco Terrazino. Wir kommen zurück. Der Ausgleich 2-2. Und Christian Tresch hat solche Höhen und Tiefen in diesem Spiel erlebt. Bereitet einen Treffer vor, rettet zweimal auf der Linie, lässt sich allerdings auch vor beiden Freiburger Treffern jeweils ausspielen.